So, nun haben wir hier unseren Maschenanschlag, wo du deutlich den Unterschied zwischen Vorderseite und Rückseite siehst. Also Vorderseite, diese kleine schöne Kordel am Rand und auf der Rückseite kleine Knötchen. Nun lernen wir, wie wir eine rechte Masche stricken. Ich stricke hier auch die Randmaschen immer als rechte Maschen. Für eine rechte Masche strickst du von vorne links in eine Masche ein, holst den Arbeitsfaden durch und lässt die Masche auf die rechte Nadel gleiten. Also von vorne links einstechen, Arbeitsfaden durchholen und die Masche auf die rechte Nadel gleiten lassen. Mit dem Daumen kannst du da rechts die Maschen ein bisschen festhalten. Von vorne links einstechen, Faden durchholen und die Masche auf die rechte Nadel gleiten lassen. Wenn du das ein wenig übst, dann wirst du sehen, dass das ganz rhythmisch und gleichmäßig funktioniert. So, ich stricke nun ein paar Reihen rechter Maschen. Auch die Randmaschen stricke ich genauso ab, sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite. Wenn du nun die Arbeit wendest für die nächste Reihe, dann wirst du bemerken, dass das, was auf der Vorderseite rechte Maschen waren, auf der Rückseite nun linke Maschen sind. Also eine rechte Masche auf der Vorderseite ist auf der Rückseite eine linke Masche und umgekehrt. Und wenn du hier genau schaust, dann kannst du schon erkennen, dass die Reihe rechter Maschen, das sind so kleine Vs, wo der Faden jeweils rauskommt. Und eben auf der Rückseite siehst du diese kleinen Knötchen, die typisch sind für linke Maschen. Nach ein paar Reihen erkennst du ein Muster und das nennt sich Kraus rechts. Und wenn du genau hinsiehst, bemerkst du, dass es eigentlich sind das Reihen aus rechten Maschen und linken Maschen abwechselnd. Im Englischen nennt sich das ein Gouterstitch und wir nennen das Kraus rechts. Aber auch hier siehst du immer noch die Vorderseite anhand des Anschlags und die Rückseite mit den Knötchen.